Knirsch! Werde selbst beklaut! Kombiniere! Muss meine Anstrengungen verdoppeln! Habe einen Verdacht! Kurz nach Frühstück verlassen zwei Kollegen ihren Arbeitsplatz. Stecken sich heimlich was unter die Jacke. Verschwinden! James schleicht ihnen nach. Vollgehen unauffällig. Muss mich zurückhalten, begreife. Treffen sich auf dem Scheißhaus. Werde mich neben ihnen einschließen. Höre mit! Lausch! Was sagt der eine? Der große Boss aus Bayern ist beunruhigt. Muss eine große Organisation sein. Kombiniere! Die Hintermänner sitzen in Bayern. Was? Was sagt der andere? Kratzer ist für vorsichtiges Taktieren. Scheint der zweite Mann zu sein. Werde das noch rauskriegen. Was sagt der andere? Die Jungs lassen sich nichts mehr bieten. Wollen streiten. Immer dasselbe. Zu hohes Risiko für die kleinen Killer, die die Drecksarbeit machen. Was sagt der andere? Heißer Herbst. Reden vom Wetter. Tarifabflüsse? Gewerkschaften? Von unten drücken? Erleichtert das Denken oben? Verdammt. Wird ein Geheimpot sein. Werde den Schlüssel zum Geheimpot finden. Es rasch. Kann unter der Scheißhauswand durchgucken. Lege mich auf den Bauch. Knarsch. Bin blamiert. Falsche Fährte. Die tauschen Zeitungen aus. Das ist eine unserer wohlfundierten Thesen, dass Fabriatscheißhäuser ähnlich baller Menden sind. Da wird gequasselt und gepobelt und gelesen. Da treibt sich rum, wer keine Lust zur Arbeit spürt. Und schläft. Und schläft von einem Miedentraum dafür. Wir haben auch noch eine zweite These propagiert. Durch Bücherstände vor Toiletten zu errichten. Da würden wir dann politisch diskutiert. Weil dann des Springers Lug und Trugkazetten. Verwendung nur. Verwendung nur bei echten Scheißern hätten. Wir haben auch noch eine dritte These abgeschätzt. Da fehlen dann die erste und die zweite weg. Würde für die Arbeitnehmer mit Bestimmung durchgesetzt. Brauchte keiner mehr an einem stillen Ort zu diskutieren. Könnte sich viel mehr für seine Sache offen engagieren. Könnte sich viel mehr für seine Sache offen engagieren.